das kommt unter der schublade das spiel ist okay wenn ihr es geil findet aber ich finde es nicht so geil das kommt bei mir eine unterste schublade rein die b von der letzten runde die ist die ist kacke bei eiswarmen direkt ich muss nicht was soll ich muss nicht was soll so frech man kann auch normal spielen anscheinend kennt sie es nicht was normal ist boom es gut es ist er nimmt und fischkopf Larry warum ist das aus geht da ist auch mein ende kacke aber gg ist okay ist noch nicht keine 17 oder 18 so wir spielen nachher fortnite aber falls ihr es auf dem fortnite gesehen habt ich habe ein update verdammt 12 prozent mach mal hin ein update war wolfkönig ich spiel mir so lange vor guys ich würd sagen ich würd sagen lasst ein live-down und ein abo wir machen jetzt weiter ohne ich wo wir gucken welche von meinen freunden unten nur der eigene club ja wo sind meine Freunde ich glaube ich kann keine Namen lesen ich hasse mal ein Update zu lange gebraucht wenn man das für ein paar Stunden spielt macht es glaube ich keinen Spaß wenn man es meistens alleine spielt und ich bin und ich spiele ja die ganze Zeit alleine mit vorher frisch rauskam habe ich natürlich mit einem Freund gespielt und dann hat er irgendwann keine Lust mehr gehabt dann muss ich wieder alleine spielen hab keine Ahnung ja, ja, ja ich bin so ein länderkeller ich schliebe das Headset und ich höre gar nichts ich bin so ein bisschen ich bin so ein bisschen Der Wolf rassiert euch alle weg mit Shampoo. Ist eigentlich meine Meiz dumm? Nein! Verdammt, dumm gesprungen und verkackt! Ah, ich bin zu kacke, Alter! Ich bin zu kacke, Alter! Ich bin zu kacke, Alter!